Sie wollen Ihre Immobilien verkaufen, dann sind Ihnen meistens zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder Sie machen alles selber, investieren viel Zeit und Nerven und gehen am Schluss noch das Risiko in, stark unter dem Makler zu verkaufen. Oder Sie wenden sich an einen Immobilienmakler, der Ihnen gewisse Vorleistungen verrechnet. Diese zwei Varianten finde ich nicht zufriedenstellend. Darum habe ich da etwas dagegen. Mein Name ist Jakob Simon und vor fünf Jahren habe ich das Unternehmen Simon Immobilien gegründet, um genau diesen Service zu bieten, den ich für vernünftig und am besten für meine Kunden halte. Meine Philosophie ist ganz einfach. Sie zahlen erst für meinen Service, wenn ich Ihre Immobilien verkauft habe, ohne Vorleistung und ohne irgendwelche versteckte Kosten. Ein Haus zu verkaufen ist definitiv nicht eine Entscheidung, die man jeden Tag trifft. Das ist ein sehr überleitetes und zeitintensives Vorhaben, voller Fragen, Hürden und Unsicherheiten. Wie viel ist ein Haus wirklich wert? Was kann ich machen, um den Wert zu erhöhen? Wo findet man den passenden Käufer und wie verhandelt man am besten? Der kleinste Fehler kostet Geld und zwar nicht wenig. Da setzen mein Team und ich unser ganzes Potenzial in, um sie zu entlasten. Immobilien sind die wichtigsten materiellen Güter. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen bei diesen wichtigen Lebensentscheidungen zu unterstützen und sie als Berater und Experten zu begleiten. Vertrauen, Ehrlichkeit und Flexibilität sind dabei unsere Grundsteine. Gerne bewerten mein Team und ich kostenlos ihre Immobilien und übernehmen für sie den gesamten Verkaufsprozess. Und wir lassen nicht los, bis wir den maximal realistischen Verkaufspreis erzielen. Mehr möchte ich da gar nicht sagen. Machen wir einen unverbindlichen und kostenfreien Termin ab. Lernen wir uns kennen und finden wir den besten Weg, um ihre Immobilien zu verkaufen. Und wir lassen uns die nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.